Moin Leute und willkommen zu einer neuen Wochenzusammenfassung. Diese Woche ist sehr viel Bautechnisches passiert. GroKo hat seine Base umgebaut, Calimero hat weiter in seiner Base gebaut, ebenso hat Lars auch in seinem Biom weiter gebaut und sie haben auch einige Minispiele gespielt. Diese Woche gab es auch dann schon zwei Könige. Der eine König wurde auch schon gekürt und beim anderen kommt das dann in der nächsten Woche, dass er gekürt wird und dann würde ich sagen beginnen wir mit GroKo. GroKo hat diese Woche, wie schon im Intro gesagt, seine Base umgebaut, damit sie mehr wie eine Festung aussieht und ich muss sagen, das ist ihm deutlich gut gelungen. Jedenfalls gab es auf dem Server Alarmstufe blau, denn es ist anscheinend was schief gegangen, was ihr später in der Zusammenfassung von Calimero sehen werdet. Dreh dich mal rum und guck mal da unten. Warum bist du blau am Hals? Du hast die blaue Rüstung, ich habe Netherite an. Nein, kein Scherz, jetzt guck doch mal, du bist im Nacken blau. Stimmt, warte mal, warte mal. Das ist deine Haut. Oh, ich habe einen blauen Fleck. Oh doch, 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 schau hoch, schau hoch, schau hoch, schau hoch, schau hoch an die Decke, an die Decke. Du hast auch einen blauen Punkt. Den siehst du nicht. Nein, nein, an der Hand auch? Ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich in Minecraft eine Grippe kriege, also. Oh nein, oh nein, oh nein. Tatsächlich, tatsächlich, dich hat's auch erwischt, dich hat's auch erwischt. Folglich wurde der Bienenmann als Sieger zwischen uns zwei auserkoren und ich bin jetzt derjenige, der sich dem Willen des Bienenmann beugen muss und nach unserer Abmachung mein Bienenhaus anpassen muss. Und das hat GroKo dann auch gemacht. Er hat sein Bienenhaus angepasst und hat auch einen Lichtschacht bis nach oben gegraben. Ebenfalls hat GroKo in einer epischen Verfolgung das letzte Bett für seinen Bettenturm ergattern können. Und wenn ihr zu dieser Verfolgung mehr sehen wollt, dann schaut gerne bei GroKo vorbei. Link in der Videobeschreibung, wie er zu GroKos Kanal kommt. Und diese Woche wurde auch noch ein Opferaltar gebaut. Wofür sie den benutzen, sehen wir besser in der nächsten Wochenzusammenfassung. Also seid gespannt. Kann schon so viel sagen, dass sie damit sich einiges wünschen können. Dann wären wir auch schon bei Lars angekommen. Der hat diese Woche sein Lava-Biom weitergebaut, sprich Bäume hingebaut und weitere Lava platziert und einen Turm rein platziert. Und das war es tatsächlich auch schon mit dem Fortschritt von Lars. Denn wir kommen jetzt nämlich zu Ayosa. Der hat diese Woche für GroKo einen Geburtstagstisch aufgebaut in der Minispiel-Area. Denn GroKo hatte Geburtstag, hat auch einen Geburtstag-Stream gemacht, in dem sie das GroKo-Ärger-Dich-Nicht-Spiel gespielt haben. Ich glaube, wir müssen jetzt erst mal singen, oder alle? Die Luftballons hat ja auch aufgehängt. Natürlich, aus Beton. Mit den besten Flug-Eigenschaften. Darum feiern wir. Nein. Wollen wir Happy Birthday singen? Das GroKo-Tier. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber GroKo. Happy Birthday to you. Hängeschön. Also der Tisch war ein bisschen zu klein, deswegen musste ich ein Gerüst nochmal rumbauen. Der größte Kuchen der Welt. In dem GroKo-Ärger-Dich-Nicht-Hat Lars gewonnen und ist dementsprechend auch jetzt neuer König von Mystery, weil sie anscheinend die Regel jetzt haben, dass der, der Minispiel gewinnt, wird neuer König. Und ich habe ja vorhin gesagt, GroKo hat das Batten-Game gewonnen. Dementsprechend wird Lars, bevor er überhaupt als König war, richtig, schon wieder abgelöst von GroKo. Dann wären wir auch schon bei Calimero. Der hat nämlich diese Woche eine Trophäen-Galerie gebaut, wo auch Wertsachen an Honig runterrutschen. Er hat aber auch außen an seiner Base ne Treppe gebaut und hat auch ein Geschenk für GroKo gebaut. Du hast gerade dein Bett platziert. Das war sehr, sehr unvorsichtig von dir. Koko und Calimero haben sich dann auch um einen Tunnel Richtung Minispiel-Area gekümmert, wo dann jeder König, der Mystery 2 schon geherrscht hat, verewigt wird. Ebenfalls gibt es dann auch noch diesen kleinen Einspieler. Ich sage mal, ich mache mal den Computer an und los geht's. Aha, okay. Und da bin ich schon gespannt, wie es nächste Woche ausgehen wird mit dem Blauschimmel. Von Calimero wurde ein weiteres Minispiel gebaut und zwar ein Galgenmännchen. Der eine oder andere kennt es. Falls nicht, dann schaut gerne auch bei Calimero in der Folge vorbei, denn er hat das richtig gut erklärt. Und ich bin schon gespannt, wann sie es spielen werden. Und dann würde ich sagen, war es das mit der Zusammenfassung gewesen. Schaut gerne auch noch bei diesen Videos vorbei. Und ansonsten, liked gerne das Video, falls es euch gefallen hat. Schreibt einen netten Kommentar, denn ich lese jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal WinchCrafter. Ciao Leute!